Achieved with CryEngine Yo Freunde, herzlich willkommen ihr Kriegsveteran und Sniperfreunde. Wir werden heute ein neues Let's Play beginnen und zwar gemeinsam werden wir uns Sniper 3 Ghost Warrior widmen. Ein Spiel, was, so wie die Entwickler versprochen haben, andere Maßstäbe setzen wird in Sachen Sniper-Erlebnis. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, denn die Vorgänger waren ja immer eher so mittelmäßig. Sniper 3, für viele auch der Konkurrent für Sniper Elite. Ich fand Sniper Elite immer einen Tacken besser. Vielleicht wird das jetzt nach diesem Spiel ja anders. Ach ja, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, wenn ihr das Projekt mögt, hinterlasst mir doch noch eine Bewertung, einen Kommentar. Und ihr wisst doch Freunde, ich bin da ganz großer Fan von. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir legen jetzt los. Sniper 1, 2 So grüßt du also deinen vorgesetzten Soldat? Ich wusste, du würdest kommen. Ah, ich dachte mir, ich könnte meinen letzten Tag in diesem Land auch mit meinem kleinen Bruder verbringen. Bist du nervös? Nee. Jemand muss diesen Krieg gewinnen. Ich verwette meinen Allerwertesten, dass ich alle fünf mit fünf Schüssen treffe. Verlockend. Gehören Faustkämpfe jetzt auch zu deinem Trainingsprogramm? Du hättest den anderen Typen sehen sollen. Ja, hab davon gehört. Du hast ihn ins Krankenhaus befördert. Was hast du getan, Jungchen? Egal. Wenn's um ein Mädel geht, ist sie es hoffentlich wert. Und denk immer daran, dass du Mom mit dem Zeug plagst. Du musst der Mann im Haus sein, während ich in Afghanistan bin. Ah, ich kann von hier schon das Abendessen riechen. Versteh mich nicht falsch, das Essen der Armee ist ganz okay. Aber verdammt, ich vermisse Mom's gute Chicken Wings. Weißt du noch, wie wir hier Verstecken gespielt haben? Wie kann ich das vergessen? Du warst so schlecht darin. Ich weiß noch, als wir einmal... Rob? Komm schon, Rob! Rob! Okay, Bruder. Mal sehen, was du hast. Ankunft in zwei Minuten. John, wirklich? Na, sei still! Du benutzt es immer noch, um dich selbst fertig zu machen, Altarjunge? Hängst dich selbst an der Decke und einem befleckten Kreuz auf? Wie poetisch, Rob. Wenigstens kenne ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Das System ist abgekartet, Bruder. Manche werden grundlos verprügelt und manche werden grundlos hochgejubelt. Ist es nicht einsam und anstrengend, an nichts zu glauben? Du bist der perfekte Soldat, John. Naiv, leichtgläubig, gehirngewaschen, Befehlskette, befolgst Befehle. Ja, Sir, nein, Sir! Hey, du lebst doch im System. Große kirchliche Hochzeit. Ehrenwache der Marines. Miller hat deinen Nachnamen. Das war nur sie. Aber du hast wie ein gehöriger Soldat mitgespielt. Woher willst du das wissen? Du warst nicht hier. Aber danke für das tolle Geschenk. Wobei, eigentlich hast du nicht meine Karte geschickt. Sie passt nicht zu dir, Robert. Das zeigt jemand, dessen nächste Beziehung wie lange anhielt? Sechs Monate? Fühlt es sich schmerzlich und einsam an, wenn man so ein selbstgerechter Scheißkerl ist wie du? Im Landeanflug! Bereit! Bereit! Versucht euch da draußen nicht gegenseitig zu töten. Das will ich nicht eurer Mama berichten müssen. Halt dich an den Plan! Sei kein Roboter! Ich mein's ernst. Die macht mir richtige Angst. Sie macht jedem Angst. So hat sie zwei echt raue Kriegersöhne aufgezogen. Naja. Ah. Zumindest einen. Und man weiß gleich wer. Genug, ihr zwei! Zerstört die biologische Waffe und exfiltriert. Rein und raus. Keine Neugierde. Da stammt alles aus dem Kalten Krieg. Ist vermutlich hochgiftig. Okay. Drei. Zwei. Eins. Aus! Hörra! Check. Biologische Waffe zerstören und verpissen. Das kriegen wir hin. Da sind wir. Die Russland-Ukraine-Grenze. Weiß nicht, was ich erwartet hatte. Komm, Jack. Frank. Hörst du mich? Ende. Laut und deutlich. Hör zu, Marines. Der Auftrag von JSOG ist die Infiltration einer verlassenen Basis und die Vernichtung der dortigen Biowaffen. Ruhe bewahren. Ende der Durchsage. Ruhe bewahren. Schock bekämpfen. Okay. Wir sind in der Einsatzmission. Wir sind jetzt hier im Prolog. Und wir starten hier natürlich auf der PS4. Im Schwierigkeitsgrad normal. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Von da oben solltest du besser rausbekommen. Wie wirklich alles besser ist wie in den Vorgängern. Ob es Sniper Elite das Wasser reichen kann. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Testgelände? Nun gut, dann schauen wir mal. Scheiße. Ich kann nichts sehen. Wir sind zu weit. Wir müssen wohl einen besseren Platz finden. Wie wäre dort drüben? Siehst du das Gerüst rechts von der Kuppel dort drüben? Ja? Ja, sehe ich. Bin mir aber beim Blickwinkel nicht sicher. Lass uns einfach mal schauen gehen. Dein Wort in Gottes Ohr. Und Waffenwechsel ist hier. Okay. Vorsicht. Die Felsen sind ganz schön rutschig. Nach dir. Immer als erster. Hey, du bist derjenige, der das Navy Cross hält. Dafür habe ich nicht gekämpft. Ja, ja. Geh schon. Wow. Siehst du? Kinderspiel. Gute Arbeit. Das war schön geballert. Ähm, wo müssen wir hin? Hier hoch. Yes. Das geht schon mal flüssig. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Ja, wir sind hier zwei Brüder. Der kleine Robert ist dem großen John gefolgt. Achso, wir müssen hier rüberspringen. Ja. Okay, bin auf der anderen Seite. Ich auch. Komm schon. Und so wie es aussieht, spielen wir John. Der jetzt seinen kleinen Bruder hier an der Backe hat. Ist hier drüben wie ausgestorben. Zu ruhig für deinen Geschmack? In unserem Berufsfeld bedeutet Ruhe nie Sicherheit. Was? Habt ihr das gehört? Ich höre doch was. Was? Wo? Was ist hier los? Da werde ich direkt hier gebissen von so einem Vieh. Und du, Junge, lässt ihn einfach durchrennen. Kannst du gar nichts? Na toll. Alles muss man alleine machen. Das geht ja schon gut los. Robert, wo bist du, Junge? Scheiße, da können wir nicht rüberspringen. Früher wäre das dein erster Gedanke gewesen. Ja. Und jetzt? Ich seh mich mal um. Wir sollen Munition wechseln. Schauen wir mal. Schwoing, schwoing, schwoing. Rad, DARPA-Geschosse, Lockgeschosse, Panzerbrechende Geschosse. Okay. Das sieht gut aus. Moment mal. Ich geh mal ein Stück zur Seite. Hier drauf. Ich bin halt ein Problemlöser, ne? Gut. Wir nehmen natürlich wieder die normale Munition. Passt trotzdem auf. Ganz schön tief. Komm, Rob. Wir müssen weiter, Bro. Also so weit sieht das erstmal klasse aus. Hier so das Umfeld. Obwohl die Charaktere mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja, klingt, als würden sie näher kommen. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie so plakativ aus. Irgendwie so matschig. Klar, ist jetzt ja mal noch vorn Niveau. Aber da bin ich anderes gewohnt. Hauptsache der Spielspaß passt. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Schnell. Hinter den Felsen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Schlechtes Gefühl, ja? Alter, hast du Speedwasser gesoffen? Sieh da. Wölfe. Das erklärt mein schlechtes Gefühl. Glaubst du mir jetzt? Diesmal hattest du wohl recht. Sie scheinen gerade etwas zu zerfleischen. Wir sollten sie nicht töten, wenn es nicht absolut notwendig wird. Gehen wir durch die Büsche. Okay, los. Bleib unten. Okay. Wehe. Mich fällt so ein Ding jetzt hier an. Wie gerade, mein Freund. Ihr könnt uns angreifen. Glaube ich nicht. Die sind mit dem Ars beschäftigt. Gut. Wer? Ach, das ging doch ganz gut. Okay, in Sicherheit. Folge mir. Das ist unser kleiner Bruder, ne? Und er gibt dir voll die Kommandos. Ey, ich bin hier der Kriegsveteran. Ich war schon in Afghanistan, da bist du mit der Trouble um Christbaum gerannt. Mein Freund. Ich habe Fußspuren gefunden. Sehen frisch aus. Die Person kann nicht weit entfernt sein. Das ist alles. Du warst immer der Spurensucher in dieser Familie. Was kannst du herausfinden? Ähm. Matschig. Ah, ja. Militärstiefel, frische Spuren. Militärstiefel. Zwei Männer. Müssen Soldaten sein. Armee? Söldner? Späher? Der Form nach zu urteilen, sind sie methodisch. Und die Tiefe? Die deutet an, dass sie etwas Schweres getragen haben. Du meinst Waffen? Sollte man meinen. Wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten. Scheiße. Dann müssen wir wohl an die Arbeit. Ruhe bewahren. Lass sich nicht ablenken. Ei, ei, ei. Ich sehe gerade unter der Waffe, der Schalldämpfer geht auch kaputt. Na prima. Ich kann das Testgelände sehen. Dort befinden sich zwei Söldner. Dafür müssen wir sie überraschen. Ich schnapp mir den Kerl am Rand und du nimmst den am Feuer. Okay. Los geht's. Schön langsam. Das wird was. Das wird gut. Ei. Schön in die Kniekehle und dann in den Hals gestochen. Es wird noch mehr geben. Bleib wachsam. Ja, schau dir das an. Was für ein Frack. Hier, nimm sie. Kann ich Munition mitnehmen? Waffe wechseln. Nee. Äh, was soll ich nehmen? Die Drohne. Okay. Da, die Drohne. Zeit zum Aufklären. Du weißt, wie man diese Schönheit benutzt, oder? Ich werde es sicher bald wissen. Natürlich. Wahrscheinlich über Wildlands, oder? Na, flieg. Flieg, flieg, flieg. Erst müssen wir alle Gegner markieren. Alright. Wie ist die Steuerung? Hoch. Runter. Ach, du Scheiße. Die lässt sich lenken wie auf hoher See. Wo denn? Ach, zwei Stück da unten direkt. Okay. Auf den Dächern vielleicht. Ziel gesichtet. Ah, ja. Düdeln wir mal ein Stückchen runter. Oh, noch einer. Ach, vier von sechs. Zwei Stück fehlen noch. Zwei Stück fehlen noch. Boah, das ist ganz schön übel. Ist da hinten nicht einer? Boah, der Wind. Der schaukelt uns hier richtig auf. Hm. Was nu? Ach, du Kacke. Wow, 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 wow. Du musst dann richtig aufpassen. Irgendwo hier rum. Schön außen. Ich will nicht entdeckt werden. Zwei Stück noch. Boah, ist das schwierig. Die Gegner... Wo? Schnell zurück. Habt ihr das gehört? Wow, ey. Wahnsinn. Die Drohne ist aber ruckzuck entdeckt, oder? Ich war gar nicht weit dran. Zumindest hab ich ja keinen gesehen. Nochmal, raus die Drohne. Irre. Ist da irgendwo auf dem Dach vielleicht einer? Da sehe ich keinen. Fliegt trotzdem nochmal hier rum. Da ist schon mal einer. Aber wo sollen die anderen beiden sein? Alter, hier oben ist einer. Ziel bestätigt. Jetzt fehlt noch einer. Vielleicht ist der mittig irgendwo. Also das hat eine ganz andere Qualität von Drohnensteuerung wie bei Wildlands. Total schwammig. Aber wahrscheinlich ist das auch so. Ich hab noch nie eine Drohne geflogen. Ah, da ist er doch. Markier. Wieso markiert er die nicht? Wahrscheinlich bin ich... Oh nein. Falscher Knopf. Wahrscheinlich war ich nicht nah genug dran. Nochmal hin. Boah, Wahnsinn. Das bockt irgendwie. Ist aber... Nicht einfach. Ganz ehrlich. Komm, da unten bist du doch. Ich seh dich doch. Yes. Hab ich. Hier hin. Klappen wir mal unser Zweibein aus. Denk dran, John. Leise. Wir müssen sie nacheinander ausschalten, ohne bemerkt zu werden. Konzentrieren wir uns, alter Junge. Erstes Ziel. Auf dem Dach. 270 Meter. Alles klar. Sehe ich. Okay. 270 Meter. Lass mich mal kurz hier reinzoomen. Cool. Reingezoomt. Nochmal reingezoomt. Ah, oben haben wir den roten Pfeil, der uns die Windrichtung anzeigt. Rechts. Haben wir die Zielentfernung. Jetzt sind wir auf 250 Meter. Er ist auf 270. Das dürfte ungefähr passen. Luft anhalten. Bats. Mitten ins Auge. Okay. Wir haben also eine Bullet Cam. Die ist aber nicht so gut wie bei Sniper Lead. Aber durchaus beeindruckend, finde ich. Nicht schlecht. Wie viel Meter? 184. Da gehen wir ein bisschen runter. Ich denke, auf 200 Meter ist ganz gut. Wir müssen ein bisschen weiter links anhalten, weil der Wind von rechts... Rechts... Wir müssen ein bisschen weiter rechts anhalten, natürlich. Okay, okay, okay. Den schießen wir auch ins Auge. In die Fresse geschossen. Yes. Tango ausgeschaltet. Tötung bestätigt. Drittes Ziel. Patrouille. 160 Meter entfernt. Am Bach. Warte auf den passenden Moment. 160. Okay, da habe ich sie. Was zur Hölle? Das macht richtig Bock, Freunde. Ehrlich. Reinsummen. Okay, hier ist mein Ziel. 160. 160 Meter. Da sackt er zusammen wie ein Sackmehl. Habe ich schon. Der ist schon tot, Junge. Ziel ausgeschaltet. Bestätigt. Der zweite. 160 Meter entfernt. Und auch in die Fresse. Batsch, da platzt die Rübe. Sehr tot. Fünftes Ziel. 200 Meter. Da. Warte. Ein Fahrzeugermann. 200 Meter. Wir korrigieren. Du musst dich konzentrieren. Du kannst nur einmal schießen. Also versag nicht. Ach Gottchen. Beide auf einmal jetzt. Okay. Legen wir an zum Meisterschuss, Freunde. Perfekt. Abseilen. All right. Wir müssen hier. Moment. Aufstehen. Zweibein abklappen. Nachladen haben wir. Wir nehmen die Pistole mal. Da sind wir schneller unterwegs. Und hier geht's runter. Ja, das ging flüssig von der Hand. Ich bin unten. Ich auch. Folge mir, Brüderchen. Und wo ist deine Frau derzeit? Irak? Türkei? Miller? Ist im Kongo. Macht eine Reportage über den lokalen Kriegstreiber. Ja, hab schon von gehört. Man denkt drüber nach, den Arsch wegzubomben. Machst du dir Sorgen? Nee, sie ist knallhart. Sieht nur zerbrechlich aus. Die Frau würde ich ganz gerne mal kennenlernen. Ein Fahrzeugkopf. Oh Gott. Kann den Fahrer sehen. Ach, lass mich das machen. Warte, vielleicht weiß er etwas. Hier hinter. Befragen. Moment. Lockstein. What? Befragung. Alles klar. Hinter ihn. Okay, komm. Das packen wir. Yes. Nice. Wow. Das gibt eine Platzwunde, mein Freund. Wie der andere. Das Tod. Konzentrier dich, Rob. Na gut, na gut. Wo bist du, Kollege? Bro, lauf nicht weg. Wir sind da. Verstanden. Das war ein Testgelände für biologische Waffen. Ihr müsst den ganzen Scheiß hochjagen. Roger. Verstanden. Eindringlinge entdecken. Wie jetzt? Kameras. Fuck. Sie haben uns bemerkt. Jetzt bringt es nichts mehr leise zu sein. Gut, lass uns was Gutes tun. Okay, kann ich den Schalldämpfer irgendwie abmachen? Sieht nicht so aus, ne? Na gut, dann halt nicht. Ist doch scheißegal. In den Raum? Wie? Die warten doch auf uns. Bro? Kommst du mit? Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Mechanik jetzt hier ist. Komm schon. Sieh zu, Bruder. Ja, ja. Zeig schon, was du kannst. Alles klar. Alles klar. Schön in die Fresse geschossen. So muss das sein. Lass mich vorbei. Steht der mir im Weg rum? Feuer von hier vorn. Wo war er? Da hinten. Bamm. Schön in die Rübe geschossen. Mein Schalldämpfer ist fast Fratze. Lydia. Lass es, Rob. Okay. Vergiss es einfach. Wo ist er hin? Ach, da hoch. Okay. Meine Ex-Freundin hieß also Lydia. Lydia Lüstern. Was los, Bro? Schön überschlagen vorgehen eigentlich. Unter gegenseitiger Sicherung vielleicht? Könnten wir das machen? Nein, können wir nicht. Okay. Wir schlagen Sie bei Ihrem eigenen Spiel. What? CCTV-Kamera-Connection-Television oder was ist das? Yo. Damit können wir hacken. Was haben wir hier sonst noch? Kann ich hier irgendwas einsammeln? Ich rush hier durch. Nicht irgendetwas mitnehmen. Hier vielleicht? Kippen. Ja. Ist da aber eine Kamera. Dann hacken wir mal. Was wir nicht alles machen können. Hacken. Drohne fliegen lassen. Killen. Verhören. Jetzt markiere alle Feinde hier drin. Alle markiert. Dann los. What? Eins, zwei. Ich habe doch noch nicht mehr geguckt. Wie alle markiert. Bleibt da mal ruhig. Nächste Kamera. Das ist der gleiche Raum. Da sind wir. Das ist die Kamera in unserem Gang. All right. Das war der Eingang, wo wir reingekommen sind. Ich glaube, ich habe sie. Wir können also hier Gummi geben. Okay. Das ist der Eingang zur Deponie. Unser Ziel muss sich in der Nähe befinden, John. Auf geht's. Alter, was macht er denn? Er geht vor dem Sturmangriff. Deckung. Gut, Schalldämpfer ist down. Scheiß drauf. Wer braucht schon einen Schalldämpfer? Rob. Ja, anheften. Anmachen. Wegrennen, oder? Meistens drückt man immer den roten Knopf. Sieht aber wirklich so aus, als könnte ich hier nichts einsammeln. Absolut gar nichts. Ich gucke nochmal bei denen hier. HK. Und ich kann keine Munition mitnehmen. Das könnte eventuell nochmal zu einem Problem werden. Ich sichere die Tür. Beeil dich, John. Söldner. Knallt sie ab. Ach du Kacke. Tod. Habe ich ihn? Noch mehr. Ach du Scheiße. Was war los? Nochmal. Okay. Man schiebt also verdammt schnell. Okay. Das ist der Eingang zur Deponie. Unser Ziel muss sich in der Nähe befinden, John. Auf geht's. Okay, ich gehe flankierend. Die sind hier. Dann holen wir uns hin. Ey. Die reißt nicht so hoch, wie ich dachte. Wir holen uns mal eine Heilung rein. Das funktioniert so gut. Haben wir sie? Wo ist der? Da unten. Down. Können wir weiter? Ich bin begeistert. Hier sollten wir die Ladung platzieren. Ach so. Ich hätte gar nicht kämpfen brauchen. Check. Jetzt habe ich es gerafft. Ich muss also sofort hier den Sprengstoff platzieren. Ja, dann sag mir das doch. Ich sichere die Tür. Beeil dich, John. Ja, kein Ding. Dann sicher du die Tür. Komm schon, John. Helikopter ist da. Was zur Hölle? Lassen fallen lassen. Fall lassen. Wissen Sie, Mr. North, ich glaube, die Besten von uns haben viel Glück. Eins. Zwei. Bis zum nächsten Mal, Mr. North. Töte ihn nicht. Wir schicken Ihnen Koordinaten für den naheliegendsten Unterschlupf. Dort finden Sie Ausrüstung und fehlende Informationen. Viel Glück, Marine. JSOG Ende der Durchsage. Okay, Freunde. Damit würde ich sagen, was das für heute. In der kommenden Folge gehen wir natürlich hier im Gebiet Georgien weiter. Werden uns zum Unterschlupf begeben und schauen, was da auf uns wartet. Eventuell werden wir uns da ein wenig ausruhen und die neue Mission starten. Ich bin wirklich positiv überrascht, das Spiel macht auf den ersten Metern echt einen guten Eindruck und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Wenn euch das Projekt auch gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lassen könntet. Mich würde es wirklich freuen und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit von der Partie seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus. Bis zum nächsten Mal.